Was ist los? Ich denke, Ihre Frau hat die Henoch-Schönlein-Purpura. Eine Gefäßentzündung mit Symptomen in vielen verschiedenen Organen. Eine böse Sache. Was erklärt, warum sie nach einem Deutschen benannt ist. Genau nach zwei Deutschen. Betroffen sein können Herz, Magen, Darm und auch die Nieren. Doch immer die Haut. Sie müssten also irgendwo einen Ausschlag haben. Hab ich nicht. Sobald Ihnen bekannt ist. Ich muss alle Ihre Öffnungen kontrollieren. Wir fangen mit dem Hund an. Wenn da nichts ist, kann es ein wenig schlüpfrig werden. Sandia. Schade. Ich hatte auf schlüpfrig gesetzt.